So, damit rufe ich den Punkt 21 auf. Wir starten auch hier in der Fraktionsrunde. Es wird beginnt, Freie Wähler wird da das Wort gewünscht. Ist nicht der Fall. Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schlick. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Hochwasserschutz ist wohl unbestritten eines der wichtigsten Themen in unserer Stadt. 2002, 2013, die Bilder haben wir alle noch im Kopf. Die elbabgewandte Seite der Leipziger Straße entging 2013 nur knapp einer Katastrophe, auch weil zahlreiche Freiwillige dabei halfen, einen Wall aus Sandsäcken entlang der Straße zu stapeln. Und aus hydrologischer Sicht müsste eigentlich auch genau dort die Schutzanlage entlangführen. Schön parallel zum Flusslauf, ohne große Ausbuchtungen, mit viel Retentionsfläche auf der Elbseite. Da aber natürlich elbseitig Wohnhäuser, Vereine und Unternehmen hinter der Mauer liegen würden, gab es diesen rückliegenden Beteiligungsprozess und die Diskussion darüber, welchen Verlauf die Schutzanlage denn letztlich tatsächlich nehmen soll. Das war ein Beteiligungsprozess, den auch wir Grüne ausdrücklich begrüßen. Es ist sehr wichtig, die AnwohnerInnen mit einzubeziehen. Hochwasserschutz ist aber auch ein Thema, bei dem es nicht nur um Meinungen geht, sondern dem naturwissenschaftliche Fakten zugrunde liegen. Der Änderungsvorschlag aus dem Stadtbezirksbeirat Pieschen, der sich letztlich auch in der Beschlussempfehlung wiederfindet, befürwortet im Bereich der Sportanlage die Variante 2.1 und greift damit der geplanten fachlichen Prüfung vor. Diese Variante wurde vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau sicher aus sehr nachvollziehbaren Gründen empfohlen, ist an dieser Stelle allerdings für den Hochwasserschutz die ungünstigste Variante. Wie es im Bereich der Eisenberger Straße dann weitergeht, bleibt auch durch die Beschlussempfehlung offen. Würde dort die Gartenanlage vom Schutz ausgeschlossen werden, entstünde ein riesiger Knick in der Trasse, ein Hindernis im rechten Winkel zur Flussrichtung. Das kann zu Rückstau oder unerwarteten Strömungsbedingungen führen. Würde man allerdings die Gartenanlage mit schützen, dann hätte man letztendlich die Variante 2.1 in Gänse umgesetzt. Dadurch würde sehr viel Retentionsfläche verloren gehen, wie schon gesagt, die ungünstigste der Varianten im Sinne des Hochwasserschutzes. Aus diesem Grund ist diese Variante ohne die vorhergehende fachliche Prüfung für uns Grüne nicht zustimmungsfähig. Wir Grünen möchten, dass eine Vorzugsvariante aus den nach anstehenden fachlichen Untersuchungen und Simulationen resultiert. Hochwasserschutz ist zu wichtig, um persönliche Befindlichkeiten über wissenschaftliche Erkenntnisse zu stellen. Wir begrüßen den Beteiligungsprozess und die daraus entstandenen Ergebnisse und hätten diesen in der ursprünglichen Variante auch sehr gerne zugestimmt. Heute können wir Grüne uns leider nur enthalten. Noch ein letztes Wort. In Zukunft sollten wir meiner Meinung nach noch mehr Wert darauf legen, dass die wenigen freien Flächen, die es noch gibt, und auch die Flächen, die zukünftig frei werden, am Elbufer auch frei bleiben. Die Elbe braucht Platz. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht mal so ein erstes Wort an die Grünen. Liebe Grüne, wir greifen mit allen Vorzugsvarianten, die darin ausgewiesen sind, in der Planung des Landes vor. Es war eben nur an einer Stelle mehrere Varianten. So, die Hochwasserereignisse 2022 und 2013 haben deutlich gemacht, wie wichtig Hochwasserschutzmaßnahmen sind. In vielen Bereichen entlang der Elbe und zufließenden Bächen sind in den letzten Jahren Hochwasserschutzmaßnahmen vorgenommen worden. Neben Laubegast der Übigauer Insel ist der Bereich zwischen Marienbrücke und Pieschner Winkel immer noch ungeschützt. Der Kollege hat es vorhin schon gesagt, viele können sich sicherlich noch an die riesigen Sandsackwelle auf der Leipziger Straße beim letzten Hochwasser 2013 erinnern. Diese waren relativ ungeplant durch die Bürgerschaft und Helfer gebaut worden und wären im Nachhinein in dieser Massivität sicher nicht an jeder Stelle erforderlich gewesen. Das zeigt aber, wie wichtig den Bürgern das Thema Hochwasserschutz in diesem Bereich ist. Mit dem Bau von Harten City, dem Sanierungsgebiet Pieschen und weiteren geplanten Bebauungen entlang der Leipziger Straße hat sich zwischenzeitlich das aktuelle und zukünftige Schadenspotenzial in diesem Bereich erheblich vergrößert. Von der Verwaltung wurde daher ein umfangreicher Beteiligungsprozess initiiert, um die Belange von Betroffenen frühzeitig zu berücksichtigen. Wie bereits dargelegt wurde, wurden dabei Vorzugsvarianten für die einzelnen Abschnitte in den Beteiligungsprozess eingebracht. Wir hatten frühzeitig gemeinsam mit dem Sportverein Rotation darauf hingewiesen, dass wir die Vorzugsplanung von Hochwasserschutzanlagen mitten durch die Sportanlage von Rotation nicht für zustimmungsfähig halten. Im Beteiligungsprozess wurden diese Bedenken durch Rotation verstärkt vorgetragen. Leider finden sich die vorgetragenen Bedenken im Ergebnis des Beteiligungsprozesses und der nun vorliegenden Vorlage nicht wieder, sondern es soll nach der Vorlage weiterhin im Bereich der Sportanlage mit mehreren Varianten und mitten durch die Sportanlage weiter geplant werden. Unter anderem unsere Mitglieder im Stadtbezirks Bayreuth-Pieschen haben deshalb eine Änderung eingebracht, dass im Bereich der Sportanlage mit einer elbnahen Variante 2.1, sie wurde sie schon genannt, weiter geplant werden soll. Diese Beschlussempfehlung wurde im federführenden Umweltausschuss übernommen und somit ist die vorliegende Beschlussempfehlung für uns zustimmungsfähig. Und vielleicht noch ein Wort, wenn der Stadtbezirks Bayreuth-Pieschen und wir als Stadträte dem Land, als der Institution, die die weiteren Planungen vornimmt, keine Maßgabe geben, was wir möchten und was wir wollen, dann können wir nicht vom Land erwarten, dass sie eine Planung macht, die unsere Belange betrifft. Danke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream. Ich mache es nur ganz kurz heute. Im Wesentlichen Inhalt ist, möchte ich dem grünen Kollegen, Herrn Robert Schlick, sehr zustimmen. Genau genommen widerspricht schon das Projekt Wohnen am Fluss mit der HafenCity und allem, was dazu kommt, dem das Leben am Fluss, dem Fluss Raum geben muss und nicht den Fluss immer mehr zubauen darf. Das erleben wir überall immer wieder in unserer Stadt, ob das in Laubegast ist oder eben auch in Pieschen. So, der Fluss braucht eigentlich mehr Platz. Der Fluss bräuchte mehr Rentensionsraum. Wenn wir den immer mehr einschränken, betreiben wir nie Hochwasserschutz. Sondern wir machen das Gegenteil. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gab nun mal einen Bürgerbeteiligungsprozess und wir nehmen die Meinungen der Bürgerinnen und Bürger, die natürlich ganz individuelle Interessen haben, sehr ernst. Da geht es eben insbesondere um die Kleingartenanlage und da geht es um die Sportanlage. Wir favorisieren diese Variante 2.1 nicht. Wir sagen aber, es geht in einen weiteren Untersuchungsprozess. Dort muss wirtschaftlich nochmal abgewogen werden, wo Interessen der Stadt im Sinne der Wirtschaftlichkeit, wo Interessen des Flusses, dem mehr Raum gegeben werden muss, um nicht an anderer Stelle noch mehr Überflutung zu provozieren und wo den Interessen der Bürgerinnen und Bürger tatsächlich entsprochen werden kann. Wir werden deshalb diesem jetzt vorhandenen Kompromiss, ist ja noch nicht entschieden, zustimmen, damit, wie der Herr Bürgermeister schon richtig gesagt hat, dort endlich weitergearbeitet werden kann, zustimmen. Dankeschön. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Enge. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte tatsächlich meinen Redebeitrag mit einem Dank beginnen, nämlich einen expliziten Dank an Frau Jenigen und die gesamte Umweltverwaltung, die sich um diesen Prozess gekümmert hat und aus meiner Sicht tatsächlich hier einen sehr vorbildlichen Bürgerbeteiligungsprozess organisiert hat. Ich durfte bei einigen Veranstaltern auch mit dabei sein als Stadtrat und ich habe das tatsächlich als eine sehr, sehr konstruktive, sehr ernsthafte Atmosphäre auch wahrgenommen, wo tatsächlich auch die verschiedenen Ansichten auch entsprechend Raum gefunden haben. Dafür möchte ich mich wirklich nochmal explizit bedanken, weil ich glaube, das ist eine Sache, von der können wir alle auch lernen, auch wenn es vielleicht ein Thema ist, was nicht immer automatisch alle hier in der Stadtgesellschaft interessiert. Ich möchte nochmal kurz daran erinnern, was war eigentlich Grundlage dieser Vorlage, die uns jetzt hier vorliegt mit dem federführenden Ausschussvotum. Grundlage war ein Stadtratsbeschluss, der im Jahr 2019 getroffen wurde und dort wurden drei Aspekte genannt, die auch noch bei der Planung stärker berücksichtigt werden sollen, nämlich die Betroffenheit von Kleingärten. Bei der Betroffenheit von Kleingärten haben wir von den Vereinen sehr, sehr klare Rückmeldungen bekommen. Kernaussage ist, ihnen ist eigentlich egal, ob sie geschützt werden oder nicht. Das Wichtigste ist, die Hochwasserschutzlinie soll nicht quer durch den Verein gehen, sondern sie soll die Vereine entsprechend entweder komplett schützen oder komplett rauslassen. Das ist tatsächlich mit den Varianten, wie sie jetzt hier vorliegt, auch erfüllt. Da können wir einen Haken dran machen. Es gab eine klare Aussage, dass auch Kultureinrichtungen beachtet werden sollen. Damit wurde vor allem auf das Eselsnest Bezug genommen, von denen die klare Aussage kam, nein, wir müssen nicht unbedingt geschützt werden, ihr könnt uns auch rauslassen. Das berücksichtigen die Planung jetzt an dieser Stelle auch so. Und es gab einen dritten Punkt. Der hieß nämlich, wir sollen auch die Sportvereine explizit berücksichtigen. Und da gibt es eine Betroffenheit, das ist halt Rotation auf der städtischen Fläche an der Eisenberger Straße. Und da war tatsächlich diese eine Variante, die nördliche, auch aus unserer Sicht, nicht wirklich zufriedenstellend. Es geht mit der Beschlussempfehlung vom Umweltausschuss jetzt eben nicht darum, der Verwaltung zu verbieten, auch die andere Variante zu planen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir aber als Stadtrat frühzeitig eine Präferenz äußern, in welche Richtung es gehen soll. Wenn das wirtschaftlich anders nicht darstellbar ist, wenn wir den Retentionsraum nicht anders darstellen können, ja, dann muss man da nochmal eine Abwägung treffen. Aber ich glaube schon, dass es uns auch als Stadtrat gut zu Gesicht steht, in so einem Prozess auch klar Präferenzen zu artikulieren. Weil letztendlich leisten wir hier an dieser Stelle auch nur Vorarbeiten für das Land. Wir selbst werden diesen Hochwasserschutz ja eben nicht realisieren. Und darüber sollte man, glaube ich, nochmal intensiver nachdenken. Herr Schlick hat eine richtige Anmerkung gemacht, also noch mehr, aber eine möchte ich jetzt hier hervorheben. Du hast davon gesprochen, dass wir keine Ausbuchtungen produzieren sollten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die Variante, die praktisch quer durch die Sportanlage geht, genau dazu führt, wir hätten dann eine etwa 100 Meter lange Ausbuchtung entlang der Moritzburger Straße, die gerade mal keine 30 Meter breit wäre, wo durchaus in Ausschussdebatten bezweifelt wurde, ob das überhaupt rechtlich so umsetzbar ist, mit Blick auf eine durchgängige Linie. Also die Problematik hast du bei allen Varianten. Das muss man, glaube ich, schon so ein bisschen auch nochmal im Blick behalten. Klar ist, aus meiner Sicht, Pieschen und die Leipziger Vorstadt brauchen den Hochwasserschutz. Wir haben dort in den letzten Jahren schon eine sehr, sehr starke Entwicklung. Das Sanierungsgebiet hat dort sehr, sehr viel zum Positiven bewegt. Und auch in der Leipziger Vorstadt geht die Entwicklung immer weiter vonstatten. Und ich glaube ganz ehrlich, wir müssen hier als Stadt ein klares Signal aussenden, dass wir unsere Vorarbeiten gemacht haben, dass wir aber durchaus auch klare Vorstellungen haben. Und dann können wir hoffentlich in einigen Jahren, so ehrlich muss man auch sein, da hoffentlich auch einen spürbaren Hochwasserschutz haben. Ja, 2013, das war eine sehr, sehr starke Gemeinschaftsleistung. Das haben viele Leute, glaube ich, auch nicht erwartet, dass man die Leipziger Straße so als Hochwasserschutzlinie halten kann. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde mich ungern immer nur darauf verlassen. Ich würde gerne da eine etwas stärkere Sicherheit auch haben. Aber auch immer mit der Klarheit, eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Es gibt immer Risiken. Und das müssen wir aus meiner Sicht auch den Bürgerinnen und Bürgern klar vermitteln. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein? Dann sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, darf jetzt mit Handzeichen signalisieren. Gegenstimmen? Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 49 Jahre, keine Nein, 14 Enthaltungen damit angenommen.